ja willkommen zurück wir haben uns auf den schicksalsberg gebeamt nachdem wir victor getroffen haben und er hat uns gesagt wir sollen wieder mal luna besuchen mal schauen ob er diesmal da ist denn sonst kündige ich ganz deiner meinung hier schon wieder wo ist dieser stil der meister will euch anfangen oh gott das ist ein um 800 jahre älterer yoda weg zum luna fliegt an mir was ich habe übrigens immer hier in dem zimmer ein poster von yoda an der wand fängt aber egal der weg zu luna führt an mir vorbei ranol sei denn dina das kommt mir auch irgendwie sehr seltsam vor was er da sagt die werden dieses rätsel wohl nie lösen ich glaube auch nicht der meister spricht die sprache der götter soll ich übersetzen gut lasst euch prüfen ob ihr auch den mut besitzt gegen das ich anzutreten war der gegen ihn ja ok was auch immer er will der hat einen leichten dachschaden glaube ich ja dann viel glück naja ja wir sind vollkommen über überlevelt ja ah nein das wollte ich ja gar nicht ich tue jetzt etwas bevor er sein zauber schild benutzt und bevor er sich selbst explodieren lässt wo ist denn jetzt der spiel so und ich will die axt haben ich will die säckte und verbrannte im lava in der lava sagt er und verbrannte im lava in der lava Äh, weg hier. Ich hasse Schleim, ich hasse Schleim. Ich hasse auch die Schleime, weil diese Schleime können sich manchmal in Tomatenmänner verwandeln. Und Tomatenmänner können Sinus rufen. Oh ja, Sinus. Wer verfolgt uns? Mit denen habe ich schlechte Erfahrungen. Ja. Ungefähr so wie manche Leute mit Ninjas. Die jetzt aus uns Brei machen. Ja, öffne, öffne die Tür. Äh, die Stacheln. Ein Pogopuschel, nein! Nein, ein Pogopuschel, nein! Nein! Wir sind verloren. Meine Pony-Express-Riefmarken, rette sie! Ah! Nein! 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 Blödi! Blödi ist tot. Ah! Ja, mach Tomatenmänner! Panik! Oh Gott. Ah! 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 Hilfe! Ah! 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 Ah, verdammt. Immer diese falschen Knopf... Knöpfe und so weiter. So. Ich hab sogar noch ein Energieschild. Yeah, ich habe mich selbst ausgepeitscht. Yeah, ich konnte Schaden machen. Can you imagine that? No again. Da war der Hadouken, hast du gesehen? Ja. Ninja! Oh, jetzt wollte ich gerade zuschlagen. Ach, jetzt bin ich beleidigt. Irgendwie der Baldi-Doppelgänger danzt herum. Ich treffe ja so vorzüglich. Ja, geht mir genauso. Nein! No! Oha! Oha! Ohohoho! Ah, Gott sei Dank. Das war... ...der Spannung wegen... Das war... ...interessant. Das war unser Werbeblock für unsere Sponsoren. Ich glaube, der Werbeblock wird beendet durch NULLN! Ich glaube, das war's, oder? Ja... Oh mein Gott, so schwer hat es... ...noch da gewesen. Gut, das war's. Wir haben die Prüfung erfolgreich... ...bestanden, nachdem wir um unser Leben gerannt sind. Oha, wo ist dieser Luna? Wo ist dieser Luna? Nicht schlecht. Wenn ihr als Team arbeitet, seid ihr nicht zu stark. Wir müssen drücken, oder? Null, 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 Null. Ja. Mut, was halt, liebe... ...Frau Null? Ups. Oh nein, fuck! Drück mal weiter. Ich bin Luna. Ranul war nur eine Illusion. So, so, jetzt haben wir es aber. Was schreit? Oh mein Gott, Yoda ist nur eine Illusion. Was und warum hast du uns nicht erfahren? Ihr wart nicht bereit. Wir wollen können hören, aber nicht verstehen. Aha. Ich warte-te-te-te. Jetzt geht's! Der Imperator... Und er schützt dir niemals die Macht des Imperators oder deines Vaters Schicksal. Wie ist der Leiden, du? Yoda ist weg! Das ist Yoda. Oh nein! Statt im Sumpf sind wir jetzt halt im Gebirge. Ja. Und der gute Hagen ist bestimmt schon in Karbonit eingeölt. Ja. Wenn Sie wollen, mein Mister, könnten wir ja bisschen Samba machen. Samba! De Janeiro. De Janeiro. Wee, 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 wee. Dididi, 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 dididi. So, also wir suchen jetzt nach einer Insel so groß wie 30 Football-Felder, ne? Man kann sie nicht verfehlen. Oder fast nicht. Ist hier eigentlich schon der Raffi, wenn wir jetzt hier um den Palast rumgehen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich glaube aber nicht. Der mit den super teuren, oder mit den teuersten Rüstungen, die wir im Spiel kaufen können. Und auch den besten, meine ich. Ne, er ist weg. Ah ja, stimmt. Später sind ja auch noch hier unsere Rebellenfrau da. Rebellen, unsere naiven Freunde. Ja. Ich meinte, super intelligenten, ja. Vollidiot. Ja, danke. Boah. Oh mein Gott. Es sind die Bremer Stadtmusikanten. Hallo Kinder, wollt ihr eine schlechte Nachricht hören? Mit jedem Augenblick, den du vergehen lässt, wirst du mehr zu meinem Diener. So wie die beiden hier. Dumm, stumm und dienend. Soll es wissen, dass diese beiden niemals der Dunkle in Seite der Sacht entsagen werden, so wie es dir einst ergehen wird. Sobald ich alle acht Siegel gebrochen habe, wird die Dracheninsel auferstehen. In den letzten Siegeln wird die Manafestung in den Himmel emporsteigen. Nur zu dumm, dass ihr das nicht mehr miterleben werdet. Ha, ha, ha. Wer will die Kinder? Ich, ich bin ein Kind. Gross, man, gross. Gross. Assis, nicht. Assis. Ja, ja, eine Rechnung zu begleichen. Überlass sie mir. Und ohne ein Wort zu sagen, verschwanden sie. Du? Du bist der Dämonenritter. Woher sie das wissen? In der Tat meine meine Sterblichen und von einem Ninja verwandle ich mich in Vegetarier-Futter. Ich fühle die Power of Hell inside myself. Do you feel it too? Can you feel the love tonight? You feel it too? Ich hoffe, er frisst das auch. Gib's ihm! Ich gebe es ihm. Gib es ihm, Baby! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ich kann nicht drücken. Alles fängt. Nein! Ach, das bin ich. Dann habe ich jetzt wieder das Voldy-Menü. Ich muss alles mal durchmischen. So, ich glaube jetzt... Ja, ich dachte schon, dann macht ihm das gar nicht so viel aus. Ja, der Blitz ist stärker. Oh, ich glaube, jetzt hat er das Zauberschild benutzt. Scheiße. Auß! Oh, oh! Nein! Oh, noch gar nicht so stark. Blödi! Oh! 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 Haha! Oh mein Gott! Da ist der das Shit! Quats! What the fuck! Haha! Da! Über uns! Wir müssen noch ab! Scheiße! Oh nein! Oh nein! Bebricht! Wir schaffen es nicht! Jetzt ist die ganze Welt noch dicht! Oh nein! Zu spät! Nein! Jetzt kommt der Depri-Emo-Baum! Raus hier sofort! Ja, eben die Demos! Ich bin Hartzinger, der Patron der Bäume! Perfekt! Was? Haha! Das Siegel und Mana sind alle gebrochen! Schon bald wird diese Insel auftauchen! Das wird ein riesen Gaudi! Äh, und du? Du! Ich werde in meinem Palast bleiben und mit ihm untergehen! Ja, mei! Eigentlich, du hättest uns helfen können, Mana zu retten! Oder könntest du uns helfen? Ja, das könnte ich, wenn Thandalus Minel verzaubert hätte! Aber mein Dialekt, damit tut mir das selbst schwer! Ähm! Trotzdem sollte es würde ich uns anschliessen! Wir brauchen jede Hilfe! Oh yeah! Kommst du mit? Ja, mei! Dann komme ich heute mit und helfe euch so gut ich kann! Ja, das hat der Lothar Matthäus auch immer gesagt! Und der Stand ist 5-0 für den Gegner! Hahaha! Hartzinger schließt sich an! Ja! Fröhliche Musik, ne? Juhu! Party! Oh oh! Oh nein! Die Erde beben! Schnell! Mein Erdbeben! Man kann ihn jedoch gar nicht rufen! Die Trommel ist viel zu leise! Ja, jetzt fliegt er ohne uns! Beobachtest das Ganze! Ja, jetzt erleben wir einen sehr tollen Musikwechsel! Und los! Jo, wo soll's denn hingehen? Jo, ähm... Jo, ähm... Ähm, jo! Ähm, speichern wir mal irgendwo, oder? Ja! Tomt! 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 Jo, man! Jo, man! Nee, hier war's! Mir gefällt dir das Trüffeldorf nicht! Achso? Oh moei, wir haben hier alle Zauber. Die Musik gibt's nun überall. Falsche Töne. Oh nein, sieht ihr den Maler sammeln an? Er leuchtet, als ob er verstrahlt wäre. Ja, gut. Und nun? Jetzt habe ich irgendwie ein paar Sachen ausgeblendet. Willst du mich meine Frau werden? Nein, ähm, du kannst ja wieder ein bisschen leveln. Ähm... Ich weiß nicht, ich bin entschuldigt. Ein bisschen break und dann in der Zeit... In der Zeit versuche ich... Hahaha, we will try. He will try. In der Zeit versuche ich, Anis neue Sprache zu lernen. Okay. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und keep learning my language. Mit uns... schuf! manipulating die Musikbote hier. Und hier sind andere. Und hier ist es ein Pfehl. Wir haben uns falsch. Und hier sind die Menschen die Kups. Und hier sehen Sie die Kupflögel.